Hallo und herzlich willkommen. Heute stelle ich euch die Station der DRF Luftrettung in Nibühl vor. In Nibühl wird eine Maschine vom Typ BK117 eingesetzt. Sie stehen am Krankenhaus Nibühl, sind 24 Stunden einsatzbereit und für Primär- und Sekundareinsätze abrufbar. Die Piloten kommen von der DRF Luftrettung und die Rettungsthänden von Falk und der DRF Luftrettung und die Notärzte aus den umliegenden Kliniken. Nibühl liegt bei Flensburg im Norden Deutschlands. Sie flogen 2012 1242 Einsätze. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Bitte hinterlasst Kommentare, was ich schon bessern soll.